Julia Netz verkauft in ihrer Cake-Boutique Tortenträume in allen Farben und Formen. Den Laden eröffnete sie, weil sie für ihren Mann keine passende Geburtstagstorte finden konnte. Seitdem sind Torten ein wichtiger Teil ihres Lebens. Man hat immer mit fröhlichen Menschen zu tun. Das sind ja immer schöne Anlasse, Geburtstag, Hochzeit, Taufe und Co. Oder auch zur Weihnachtszeit jetzt, aber es ist ja wirklich immer ein schöner Anlass. Und es ist einfach eine schöne Welt. Also man hat fast nur mit glücklichen Menschen zu tun. Wir haben ganz tolle, auch happy Mitarbeiter. Und das macht so glücklich, weil du die Menschen natürlich glücklich machst. Die Torten gibt es in den verschiedensten Geschmacksrichtungen, ob Vanille, Schokolade oder Kokos. Besonders am Herzen liegt Julia aber das Cake-Design. In der Weihnachtszeit darf es ruhig etwas mehr Glitzer sein. Am wichtigsten für Julia und die anderen Zuckerbäcker im Lehmweg ist aber natürlich das Glitzern in den Augen ihrer Kunden. Schönen Tag. Ja, klasse. Dann bitteschön. Viel Spaß damit. Und schöne Weihnachten. Danke Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.